So, und ich bin zurück. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe einiges versucht, was man vielleicht auch in meinem Leben seht. Ihr ist wahrscheinlich zu klein. Ich habe noch 13 Leben. Ich habe es nicht geschafft, da hochzukommen, obwohl da Items liegen. Ich dachte, das wäre das letzte Versteck. Das hat mich ein bisschen geärgert. Und ich dachte, das müsste doch gehen und das ist direkt vor meiner Nase. Warum komme ich da nicht hoch? Das kann doch nicht sein. Und jetzt habe ich nachgeschaut. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich da hochkomme, aber das letzte Versteck befindet sich ganz woanders. Das ist gar nicht das hier, lustigerweise. Und ich glaube, das letzte hätte ich auch nicht gefunden, in der Beschreibung nach. Das ist... Ja, das werdet ihr gleich sehen. Ich werde da gleich hingehen. Oder wir machen das jetzt gleich. Das ist, glaube ich, eh auf dem Weg. So. Ja, ist offen. Ich wollte nur sicher gehen. Das war ja da was. Irgendeinem Aufzug. Hier, glaube ich. Das ist auf jeden Fall irgendein Aufzug. Entweder der oder der andere im Raum und dann... Wie gesagt, irgendwo an diesem... An so einem Würfel hier... ... ist irgendwo... ... na? Irgendeine Stelle... ... wo man das wieder öffnen kann. Oh, oh, hier oben. Ja, hier ist das letzte Versteck, lustigerweise. Nicht mal so viel drin hier. Nehmen wir noch so einen. Können wir sie alle mitnehmen. Ja, super Versteck, oder? Es ist nicht leicht, ja. Das ist echt böse Versteck, muss ich sagen. Böse. Das ist nämlich nicht mal auf Augenhöhe. Das ist hier oben. Naja. Und jetzt, glaube ich, habe ich sie alle. Ich schaue mal ganz kurz. Ja, vier von vier. Jetzt können wir uns auch wieder wichtigeren Dingen widmen. Obwohl das ja jetzt auch nicht unwichtig war mit den... Moment, was hatten wir? Ich glaube, wir haben unseren Schlüssel schon. Genau, hier war der blaue Schlüssel. Jetzt würde ich gerne wieder nach unten. Liegt es hier nicht runter? Genau, ich glaube hier. Hier sind wir wieder genau. Weil es es ja für die Verstecke Punkte gibt, wollte ich sagen. Und das ist ja auch nicht unwichtig, würde ich jetzt mal meinen. Aber jetzt müssten wir so ziemlich alles an Farben und Schlüsseln haben, was es gibt. Schätze ich mal. Nicht die Brücke vergessen? Fast wie beim letzten Mal. Oder, ja, wie beim letzten Mal, wo wir beinahe runtergefallen werden. Jetzt können wir nämlich auch das hier betätigen. Und haben unsere Brücke hier. Interessant, wenn du ihnen einmal die Waffe genommen hast, dann... ...machen sie nicht mehr viel. Okay. Der chillt da. Ob wir hier sehen. Da bist du ja. Mein ganz besonderer Freund hier. Und tschüss. Oh ja. Das hier sollte ich nicht vergessen. Noch ein bisschen Heilung. Das ist schon einfacher geworden jetzt mit der Heilung. Obwohl die nicht immer so gut geht. Ich habe ja auch nur einen Stern, wisst ihr, muss ich sagen. Oh, geschafft. Zumindest ist es irgendein Ding. Ich glaube, wir haben alle Schlüssel verwendet. Die wir verwenden müssen. Hallo. Speichern. Wie rot. Okay. Moment. Ich bin verwirrt. Hier müssen wir auch noch irgendwo... Ach, hier sind wir oben. Okay. Nevermind, okay. Ich schaue noch, ob hier irgendwo Schilde liegen, obwohl wir haben hier Schilder in Kieferl. Okay, ich denke mal, da kommen wir nicht mehr hoch. Hier ging es, glaube ich, lang. Nein, nein. Falsch. Falsch, falsch, falsch. War das der Weg? Das, hier ging es lang, genau. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts mehr. Oh, hallo, Freunde. Ja, das sieht richtig aus. Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Komm, blöbeln, ich würde da vorsichtig sein. Oh, hallo. Ja. Sehr todesmutig. Und auf Wiedersehen. Hier geht es auch irgendwo hin. Ist hier noch irgendwas? Nein. Nein. Oh, nein, hier sind wir ja gekommen, würde ich sagen. Nein, sieht nicht so aus. Wir haben ja auch schon alle versteckt. Okay, gehen wir einfach mal hier weiter. Oh, hallo. Die sollen uns im Moment nicht weiter stören. Ich wollte gerade sagen, guck mal, wo wir hinfahren. Oh, normale, ohne Schulterfölster. Die sind auch leichter zu killen. Oh. Aufzug. Aufzug. Ja. Der Aufzug hat wieder unsere Arbeit gemacht. Die Aufzüge hier sind mir sympathisch, das muss ich sagen. Und sie sind mir noch nicht das Schicksal widerfahren, das wir jetzt zu Tode zerquetscht werden von ihnen. Sehr sympathisch. Nope, ich wollte nur die Waffe, aber da gab es nichts mehr. Speichern wir mal. Where is that, Jan? Okay, wo ist Jan? Wollte ich auch gerne wissen. Ah, okay. Schöner lila Himmel hier. Was müssen wir jetzt nicht machen? Die Verteidigung deaktivieren? So, und drei Sterne bekommen. Das war mir das Nachschauen wert, muss ich sagen. Nee, normale wäre es. Wahrscheinlich hätten wir zwei bekommen oder so, wenn wir nicht alle gehabt hätten. Von dem her wäre das auch eine Art und gewesen. Ich dachte bloß, verdammt nochmal, dieses Secret ist vor mir und ich kann nicht darauf. Das kann nicht sein. Und ich dachte, ich mache irgendwas falsch und nach langem Probieren hast du auch die Schnauze voll. Bloß wenn es dann direkt vor dir liegt, ja, dann willst du das wissen. Und dann war es das gar nicht. Wie immer man da hochkommt, da waren auf jeden Fall Intems. Aber es war kein Versteck. Aber na gut, wir haben drei Sterne und in Zukunft ist ja kein Full Playthrough von dem her. Mal schauen, ob wir die anderen auch noch finden, wenn nicht. Ist auch gut. Oh, es liegt wieder vermeintlich direkt vor uns. Ah, okay. Ah, und gleich. Ja, machen wir das hier voll. Ich bin mir interessiert, was... Ja, froh. Nee, wir bleiben bei Health. Okay. Ich denke, das sollte es, Weegee. Ich denke, das ist, 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 Weegee. Ich denke, wir müssen uns angauen. Ich denke, das ist, Weegee. Es war das, Weegee. Ich denke, ich habe das, Weegee. Das ist, Weegee. Das war die Weegee. Die Weegee sind. Es ist eine Weegee. Wir wollen uns immer schwierigen. Aber Mhm, mhm, mhm Alles klar, gibt's hier sonst noch was? Oha Zu langsam, Kumpel Das haben wir auch Die brauchen uns irgendwie nicht sehr Brauchen uns nicht zu stören Okay Wo? Ich seh keinen mehr Seht ihr jemanden? Ich nicht Keine Ahnung, wo das herkommt Sollen wir rechts hin? Oh Gott, so viele Wege Da ist der Okay Ich höre diese Fledermäuse noch Oha Da ist auch noch was Hm Wisst ihr was, wir gehen kurz zurück Ja, die können uns nichts Okay, weiter zurück Ah, nein Hört mir doch auf Nicht schon wieder die Minen Bitte nicht Bitte keine Minen Psst Ich hasse sie Ich hasse sie Tut mir das nicht an Okay, da hieß es irgendwie immer noch auf uns Ähm Was, 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 was? Komm her! Was, das habe ich nicht getötet? Dann noch mal Wie fällt der denn aus? Hier sind wir hergekommen Hm, da war irgendwo Moment Moment Da war noch eine Spalte Hier habe ich noch irgendwas gesehen Genau das hier Beim Durchschwimmen Ah, kommt schon geil Tu es Oh, okay Hier gibt es Rifles Health und Ja Nichts können wir nehmen Echt eine Schande Wo ist die Spalte? Hier ist die Spalte Oh, da ist auch noch ein Schild Das nehmen wir uns doch noch Luft Luft Knapp Aber noch geschah Oh, nein, nein, nein Du nicht Du nicht, mein Freund Okay, das Das funktioniert anscheinend nur mit Explosiv-Sachen Anders scheinen die nicht zu explodieren Alter Ja, überall hier Oh, nein Was gibt es hier überhaupt? Hier gibt es auch gar kein Versteck oder so, oder? Das scheint auf jeden Fall nicht Sieht nicht so aus Okay, jetzt müssen wir wieder da rüber springen Ich speichere nochmal Ja Voll gut gemacht Sind wir hergekommen? Ja Und laden Sprinkal Gut gemacht So geht das Äh Wie kommen wir da runter? Ist die Frage Moment Moment Ah, da ist die Brücke Okay Okay Alles klar Hier waren wir schon Diese Blödsinn wieder aufgemacht hier Da waren wir noch nicht Okay Da ist irgendwas explodiert Das hier angehört wie ein Droide Ach, du Kacke Wie viele Gegner hier sind Wo sind sie? Wo sind sie? Ach, der ist noch nicht tot Hört mehr rauf Was ist wo denn? Komm her Gib mir deine Waffe Du Drecksack Okay Was Ach, da oben Ich denke mir schon Wo ist denn der Schützturm Ja, wo ist der denn? So sieht's aus Das macht mir ja nichts Wir können einfach hier hochlaufen Okay Das ist einfach nur ein Raum Oh, es wird kritisch Ich hab mich doch geheilt Verdammt Ja, schön gemacht Vielleicht sollten wir erst mal Schauen, dass wir da runterkommen Das Oh, okay Nicht hier Ich glaub ich hab noch null Verstecke gefunden Kann das sein? Ja, das kann sein Oder? Nein, ein Versteck Ein Versteck haben wir gefunden Genau Äh, das schauen wir uns nachher an Das sind aber auch viele Hier waren wir schon Müssen wir nochmal zurück hier Nein Zu kurz gesprungen Macht nichts Wir sind ja so schnell Hier müsste es hochgehen Ah ja Schauen wir uns hier nach oben Okay Das bringt mir gar nichts Ich dachte hier wäre Die letzte Sicherung Aber nein Hier war nichts Leider Schnell zurück Schnell zurück Naja Hier kommt auch noch an die Reihe Freunde Ich speichere nochmal Gott Da ist auch einer da oben Da ist er ja So Der ist schon mal weg Und dann würde ich sagen Nehmen wir die hier Ach das hat mich nicht beeindruckt Ach das hat mich vorhin so Hat mir so viel Schaden gemacht Minen Oh Gott Oh da waren Minen Schön 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 reingelaufen Alter Okay Gebt schon hier alles Oh das war schön Hey Hallo Versteck Wer braucht Blasterpacks Bitte Mit der Anzahl an Waffen Die wir haben Und vor allem besseren Da werden uns die Blasterpacks Nur so hinterher geworfen Oh hallo Ja das war der Raum In diesem einen ominösen Schild Da oben gibt es noch ein Blasterpack Von dem Geschützturm Jetzt speichern wir nochmal Und Ja warum Schmeißen wir nicht ein paar Geschenke rein Ja So macht man das Freunde Merkt es euch Alter Wie er schon abgewehrt hat Bevor der Sichtschild Überhaupt aktiviert war Okay der wollte sich Du kannst dich leider nicht Werden Kumpel Tut mir leid No exceptions Au Wir sind uns selbst Unser schlimmster Feind Jetzt aber Noch einen Backlartang reingezogen Und hier ist nichts mehr Es bleibt uns eigentlich nur noch Dieses Gitter hier Und hier ist nichts mehr Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal